Willkommen in diesem wunderschönen Ford Fusion Trend mit Einparkhilfe. Zur Unterhaltung steht ein CD-Radio Sound 6000 mit Lenkradbedienung und AUX-Anschluss zum Betrieb von MP3-Playern, iPods usw. bereit. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Darüber hinaus verwenden wir diese Fusion mit elektrischen Fensterebern, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Klimaanlage, einen höhenverstellbaren Fahrersitz, elektrisch verstellbaren und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, den Parkpilot hinten, Fußmatten und Lederlenkrad. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Für Ihre Sicherheit stehen ABS und zwei Airbag parat, Kopfstützen vorne und hinten, ein Reserverad, Notrad, Nebellampen vorne und der Parkpilot hinten. Der Kofferraum besticht durch seine ganz besonders niedrige Ladekante, umlegbare Rücksitze und einen umlegbaren Beifahrersitz. Sie können somit von vorne bis hinten durchladen. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020